Heute auch mir zu gratulieren, das ist ganz toll. Ich möchte noch eins noch vergessen. Es gibt ja einen sogenannten Film der Himmutter. Also zum Beispiel 5000 Mal etwa war auch Erich Schröter aus Bad Harzburg hier oben, 4000 Mal etwa Klaus Beckmann, 3000 Mal schon Michael Brotschek aus Wernigerode. Ja und meine Frau 1290. Also wie gesagt, ihr könnt alle in den Club kommen, ihr könnt ihr ins Internet sehen. Alle die über 100 Mal oben waren, sind dort namentlich aufgeführt. Also wie gesagt, macht weiter eure Bromkenwanderung, aber auch die Wanderungen der Harzer Wandernadel und des Harzklubs. Da kann ich wirklich immer nur empfehlen.